Ming, Ming! Du hast ja Freunde hier, die auf dich gewartet haben. Ming! Ming, Ming! Ming? Ming! 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 Jetzt wird es Zeit für dich. Du musst zu deiner Blumenzuchtreise aufbrechen. Und wenn die Nacht anbricht, wirst du dich wieder in deine Landform zurück verwandeln. Aber dazu musst du vorher erst einen Blumengarten finden. Ming, Ming! Wer weiß, vielleicht werden wir beide uns irgendwann wieder treffen. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns erst mal verabschieden. Ming! Shaman, Ming! Dann bis bald! Auf Wiedersehen, Shaman! Pass gut auf dich auf! Leg dich ins Zeug und mach einen wunderschönen Blumengarten, Shaman! Ciao! Shaman hat mit mir gesprochen. Ich habe seine Stimme gehört. Wow, es hat gesagt. Vielen Dank!